Josef Schildkraut war ein österreichisch-US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler österreichischer Herkunft. Er gewann 1937 den Oscar als bester Nebendarsteller für seinen Auftritt als Alfred Dreifuss in das Leben des Emile Solar. Leben Josef Schildkraut, der Sohn des bekannten Schauspielers Rudolf Schildkraut, wurde bereits in jungen Jahren von Albert Bassermann unterrichtet. 1910 begleitete er seinen Vater auf dessen Tournee in die USA und kehrte 1913 nach Europa zurück. In Berlin wurde Schildkraut durch Max Reinhardt ausgebildet und bald darauf bekannt. Nach Filmen in Deutschland und Österreich, in denen er mitwirkte, zog Schildkraut 1920 in die USA. 1921 erfolgte sein Filmdebüt in den USA. Außerdem stand er 1923 in Pergund und 1932 in Alice im Wunderland am Broadway auf der Bühne. Josef Schildkraut war ein überzeugender Charakterdarsteller, der 1938 als zweiter Schauspieler überhaupt mit dem Academy Award in der Kategorie bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Er, Paul Muni, Maximilian Schell und Christoph Waltz sind die bislang einzigen Österreicher, die mit einem Schauspiel-Oscar ausgezeichnet wurden. Kurz nach den Dreharbeiten zu »Die größte Geschichte aller Zeiten« starb er im Alter von 67 Jahren an einem Herzinfarkt. Am 7. April 1923 heiratete Schildkraut zum ersten Mal. Die Ehe mit der Filmschauspielerin Elise Bartlett wurde am 9. Juni 1930 geschieden. Mit seiner zweiten Ehefrau, Marie McKay, die er am 27. Mai 1932 heiratete, war Schildkraut 29 Jahre verheiratet. Sie starb bei Dreharbeiten am 17. Februar 1962. Im Sommer 1963 heiratete Schildkraut Leonora Rogas, mit der er bis zu seinem Tod verheiratet blieb. Jede der drei Ehen blieb kinderlos. Josef Schildkraut sammelte Briefe, Dokumente und Fotos der Familie von Anne Frank. Eine Reihe von Dokumenten stammt aus dem Besitz Otto Heinrich Franks, ihres Vaters. Das Archiv wurde am 5. November 2012 im Auktionshaus Doyle in New York versteigert und vom Anne Frank Haus erworben. Ebenso versteigert wurde Schildkraut's nicht zum Archiv gehörender Nebenrollen-Oscar, den er 1937 für seine Rolle als Dreifuß in The Life of Emile Sola erhielt. Filmografie 1915 Schlemiel 1916 Der Glücksschneider 1921 Theodor Herzl, der Bannerträger des jüdischen Volkes 1921 Zwei Weisen im Sturm 1927 König der Könige 1929 Showboot 1934 Kleopatra 1934 Schrei der Gehetzten 1935 Kreuzritter Richard Löwenherz 1937 Das Leben des Emile Solar 1937 Schiffbruch der Seelen 1938 Marie Antoinette 1938 Zoois 1939 Der Mann mit der eisernen Maske 1939 Nacht über Indien 1939 Idiotsdelight 1939 Lady of the Tropics 1940 Orang Deboe nach Ladenschluss 1945 San Francisco Lili 1959 Das Tagebuch der Anne Frank 1965 Die größte Geschichte aller Zeiten Auszeichnungen 1938 Oskar als bester Nebendarsteller für das Leben des Emile Solar 1960 Golden Globe Nominierung als bester Schauspieler Drama für das Tagebuch der Anne Frank Stern auf dem Walker-Fame Siehe auch Liste bekannter österreichischer USA-Emigranten 1935-1932 Denkhofer 2019 Tbased Parker-Anime Solar 2035-1932 denkhofer Tarek, der Gleifert durch die Tatsache, der Gleifert und der Gleifert wünschen Sie für die Tatsache, der Gleifert